Was Funktionspointer sind und wie ihr diese einsetzt, habe ich euch im vorherigen Video in dieser Reihe schon gezeigt. In diesem Video gebe ich euch ein weiteres Anwendungsbeispiel zu Funktionspointern, nämlich die Funktion qsort aus der C-Standard-Library. qsort implementiert einen Sortieralgorithmus, der nach dem Prinzip des Quicksort funktioniert. Die Funktion sortiert also Elemente in einem Array, und zwar nach einem Kriterium, das ihr selber in einer Funktion definieren könnt. In diesem Beispielprogramm habe ich ein Integer-Array deklariert, in dem die Zahlen von 0 bis 9 vorkommen, in unsortierter Folge. Diese Sequenz wird dann einmal ausgegeben, und anschließend rufe ich jetzt die Funktion qsort zum Sortieren auf. Hier rechts habe ich euch einen Auszug aus der Dokumentation zur Funktion qsort dargestellt, und den Link zu dieser Doku findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Funktion qsort erwartet als Übergabeparameter zunächst einmal den Pointer auf das Array, das sortiert werden soll. Der zweite Parameter ist die Anzahl aller Elemente in dem Array, die sortiert werden sollen. Der dritte Parameter ist die Größe eines Elements in dem Array, und der vierte Parameter ist ein Funktionspointer, über den die Funktion übergeben wird, in welcher der Vergleich von zwei Elementen definiert ist. Diese Funktion soll bei mir jetzt sortintask heißen, und die soll dafür sorgen, dass die Zahlenreihe aufsteigend sortiert wird. In der Dokumentation zu qsort wird der Hinweis gegeben, dass diese Funktion ein Integer zurückgibt, und zwei const Voidpointer übergeben bekommt. Deswegen deklariere ich meine Funktion sortintask jetzt auch genau so. So, um jetzt diese Vergleichsfunktion korrekt formulieren zu können, müsst ihr wissen, dass der qsort immer zwei Elemente aus dem Array miteinander vergleicht und überprüft, ob diese Elemente vertauscht werden müssen. Die Übergabeparameter sind also die Pointer auf genau diese beiden Elemente. Als erstes nehme ich ein Typecast vor, um die per Voidpointer übergebenen Werte in den Datentyp Integer zu konvertieren. So, und für die korrekte Funktionsweise des qsort muss der Algorithmus nun wissen, ob der erste Wert ia kleiner, gleich oder größer als der zweite Wert ib ist. Und diese Information muss also diese Vergleichsfunktion liefern. Wenn ia kleiner als ib ist, wird ein negativer Wert zurückgegeben. Wenn ia größer als ib ist, ist der Rückgabewert positiv und bei Gleichheit wird 0 zurückgegeben. So, das ist auch schon alles, was qsort braucht, um das Array aufsteigend zu sortieren. Die sortierte Sequenz gebe ich dann zur Kontrolle nochmal aus. So, und in der Konsolenausgabe seht ihr also, dass das Array jetzt aufsteigend sortiert ist. Okay, hier habe ich euch also erklärt, dass die Funktion qsort ein gegebenes Array aufsteigend sortiert, wenn ihr über den Funktionspointer eine Vergleichsfunktion bereitstellt, mit der zwei Elemente aus dem Array verglichen werden können. So, das heißt, der qsort sortiert die Elemente in dem Array also immer aufsteigend. Aber was ist eigentlich, wenn ihr die Elemente in dem Array mal absteigend sortieren wollt? Das könnt ihr auch mit qsort machen, wobei ihr den Algorithmus sozusagen austrickst. Ihr erstellt einfach eine neue Vergleichsfunktion. Dazu kopiere ich zunächst einmal die alte Funktion und benenne sie um in sortintdesk für descanding, also absteigend. Und in dieser Funktion vertauscht ihr einfach diese Rückgabewerte. So, wenn ihr jetzt beim Aufruf von qsort diese neue Vergleichsfunktion übergebt, dann seht ihr hier in der Konsolenausgabe, dass also die Elemente nun absteigend sortiert werden. Ich hoffe, dass ihr jetzt an diesem Beispiel schon erkennt, dass Funktionspointer total nützlich sein können, weil ihr durch die Übergabe von verschiedenen Vergleichsfunktionen das Verhalten des Algorithmus qsort so beeinflussen könnt, dass es für eure Zwecke passt. Tatsächlich ist aber die Auswahl von aufsteigender oder absteigender Sortierung nicht der eigentliche Grund, warum die Funktion qsort eine Vergleichsfunktion bereitgestellt bekommen muss. Entscheidender ist, dass qsort nicht nur Arrays von Standarddatentypen sortieren kann, sondern auch Arrays von benutzerdefinierten Datentypen. Zum Beispiel also auch ein Array, in dem die Elemente solche Strukturvariablen sind, in denen Name und Alter von Personen gespeichert sind. Hier habe ich ein Array von solchen Strukturvariablen definiert, in dem jetzt vier Personen mit Name und Alter beschrieben sind. In diesem Programmteil wird dieses Array in genau dieser Reihenfolge einmal ausgegeben. So, und wenn es jetzt zum Sortieren des Arrays kommt, stellt sich ja unmittelbar die Frage, wie überhaupt zwei Einträge, also zwei Personen miteinander verglichen werden können. Eine Möglichkeit wäre es ja, eine Sortierung nach dem Alter der Personen vorzunehmen. Und dazu schreibe ich nun eine Vergleichsfunktion mit dem Bezeichner SortPersonByAge. Der erste Schritt ist jetzt wieder, die relevante Information, also das Alter, aus den Übergabeparametern auszulesen. Und dazu konvertiere ich zunächst den VoidPointer in einen Pointer auf eine Struktur sdPerson und daraus kann ich dann per Dereferenzierung auf das Alter zugreifen. So, wenn das Alter der zwei zu vergleichenden Personen bekannt ist, erfolgt der Vergleich wieder genauso wie zuvor auch bei den Integer-Variablen. Und im Aufruf von QSort muss ich dann nur noch diese Vergleichsfunktion übergeben. Das Ergebnis seht ihr dann hier in der Konsole. In dem sortierten Array sind also alle Personen nach dem Alter aufsteigend geordnet. Eine zweite offensichtliche Möglichkeit zur Sortierung des Arrays ist natürlich die Sortierung nach dem Namen. Und das will ich euch nicht vorenthalten. Dazu schreibe ich eine zweite Vergleichsfunktion, SortPersonByName. Auch hier ist wieder der erste Schritt, die entscheidende Information aus den Übergabeparametern auszulesen. Dazu wird auch wieder der VoidPointer in einen Pointer auf stPerson konvertiert und dann per Dereferenzierung auf den Namen zugegriffen. Den Vergleich der Namen muss ich jetzt gar nicht selber schreiben, sondern dafür nutze ich einfach die Funktion strcmp, also StringCompare, aus der StringBibliothek. Und jetzt muss ich in QSort nur noch diese Vergleichsfunktion wieder übergeben. Und dann seht ihr in der Konsolenausgabe, dass die Personen in dem Array aufsteigend nach ihrem Namen angeordnet werden. ... Vielen Dank.